Kein Platz mehr. Lass dich erstmal liegen. Oh, endlich haben wir mal viele Rohstoffe. Bis auf Kunststofffeld. Ja. So, wir haben schon was da drin. Oh, wie öfters. Ich baue mich echt. Ich bin so dumm, ne? Weißt du was ich mache? Ich fülle mein Wasser wieder auf, immer noch in diesen Kack-Reiniger, obwohl wir diesen tollen Reiniger haben. Ey, ist zur Küche. Sehr gut. Oh, Mann, ey. Ich baue die weg, einfach. Ach, für den Notfall sind die gut, falls die Batterie weg ist, muss sie einfach stehen. Ja, okay. Ähm. So. Oh, gut. Erstmal hier alles reingeschickt. Ja, ich wäre dann bereit. Wohin? Achso, ja. Achso, du hast es weggeschmissen. Ähm. Was denn? Was denn? Deinen Bogen bräuchte ich noch. Hm. Danke, Glibberbolzen. Was bräuchte ich denn? Ja. 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 Brauchst du auch neuen Bogen? Du musst diese Koordinaten irgendwann nochmal hierher kommen und alles abbauen. Das können wir ja noch gleich machen. Ähm. Hier alles vergrößern. Aber, ja. Diese Kuppel, die ist jetzt hier in der Nähe oder müssen wir da richtig... bisschen in der Nähe. Äh. Ich glaube nach links. Also wir müssen jetzt hier nach links. Ich mach mal die Motoren an. Also hier geradeaus, wie du gesehen. Lichter mal. Oh, nein. Nicht da hin. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ja, jetzt geradeaus. Ja. Nice. Oh, ich verhungere. Gut, giss. Mariette müsste ich wieder... Oh, eine Mariette ist gleich da. Ja. Die sind echt träge geworden, ne? Irgendwie seitdem... ein paar Planken da sind. Oh, HL greift an. Okay. Was brauche ich noch für eine Mariette? Ey, wir sind echt lahm, ey. Ja. Wir müssen vielleicht doch echt noch einen Motor bauen. Boah, ob das Säge noch ein bisschen was bringt? Tuka, tuka, tuka. Schon traurig. Kommen wir da durch? Ah, shit. Ne. Ja, es geht. Easy. Siehst du es? Äh, noch nicht. Doch, jetzt. Boah, so groß war das? Gaui. Echt langsam. Noch ein Motor, echt. Jetzt brauchen wir doch ein Motor. Ich kann auch einfach das Frust jetzt kleiner machen. Beteilbaren, Seil, Leiterplatte, das kriegen wir hin. Irgendwann brauchen wir einfach noch einen Motor einfach. Ja. Ich glaube, wir müssen sowieso einmal komplett umbauen. Ja, das ist sowieso alles. Sehr hübscher machen hier alles. Ja. Das ist eigentlich alles provisorisch, alles nur vollgepackt reingesteckt hier. Okay. Ich kann nicht nur mit dem Motor. Ich kann auch von der Motor. Ich kann ja auch noch, dass der Motor ist. Ja, das geht auch mit dem Motor. Ja, das geht auch mit dem Motorrad. Das geht auch mit dem Motorrad. Komm, man bin. So, ich bin nochmal kurz weg Jo Oh, 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 oh Halt's an, ich will einfach mal lichten Äh, Anker, ja So Toren aus So Keine Planken Nee Oh, keine Ohren nicht So Klampen ein bisschen Poppen So, Dreikopf Verschmiss hier rein Ja, schön Zurück damit Kör Oh, ich bin da Ja, ich bin da Ich bin da Na, Almen? Den 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 Oh ja. Ähm, so, Kartoffel zurück. Ja. Wieder befüllt, schön. Ah, danke. Leider kein Plastik. Hm, Milch abschaffen. Ach, die Eimer alle jetzt hingeworfen. Da werden ganz viele Eimer gebaut. Oh ja. Oh, Klappe zurück. Oh. Oh, besiegt. Schön. Butter für uns. Ich bin jetzt schön auf dem Grill. Oh, gut. Hier was zu essen. Jetzt koche ich mal. Wofür. Ich bin jetzt für die Fläche. Ich bin jetzt für die Fläche. Ich bin jetzt für das Fläche. Das sind meine Werkzeuge, Futter, gut, sieht gut aus. Oh, da sind noch ein paar Fässer, aber ich gehe schon mal vor. Ich hoffe, er verwungert nicht, solange er auf K ist. Ah, ist halt sowieso tot, ich gehe schnell mal aufsammeln. Immer wichtig, Plastik. Lassen wir es noch genug, Sauerstoff-Tab auch. Doch, das geht. Jetzt ist es wieder fertig. So, da bin ich wieder. Jo, WB, WB. Danke. So, wir brauchen Essen, ne? Ja, ich habe hier, brauchst du Essen? Ja, ein bisschen, ne? Wird gut. Ja. Danke sehr. Ach, dieser Wasserfilter, das ist einfach Gottes Offenbarung. Das ist so göttlich, ganz ehrlich. Wir müssten dem so einen kleinen Schrein errichten und einmal am Tag für ihn beten. Geniale Erfindung. Einfach nur, das ist wirklich so gut. Hast du noch Pfeile? Ja, 21 Stück. Brauchst du? Ja, ein paar von meinen Feinen hätte ich gerne zurück. Ich hatte nur 20 Stück, das ist genau ein, hast du? Habe ich mehr von dir, ich kann dir alle meine geben, brauche ich jetzt. Ja, ne, ich gleich viel Kugelfische nicht, warte mal, ich gebe dir mal die Elfte, weil du schießt dann mehr mit Fallen, ne? Du Verschwender, Alter. Aber Ressourcen verschwenden und nicht aufsammeln wieder. Dankeschön. Ja, du lootest ja alles gut. Ich krieg dir am Fein wieder anscheinend. Ich würde sagen, wir gehen rein. Hast du schon umgeguckt? Nö, gar nicht. Ach, das ist auch nur ein Hai. Unten ist auch nichts. Ist schon drin? Nee, ich bin hinter dir. Also hier geht's nach unten? Gibt's hier irgendwas? Nee. Mach mal Rollbarleiter. Ja? Ich mach mal Rollbarleiter, kommst du hoch? Ach so, warte. Ja, hier ist nichts, hier ist wirklich nichts. Oh Mann, ey. Keine Küste nicht? Nee, gar nichts. Ach, traurig. Schade. Ja, dann rein. So, let's go. Äh, komm ich rein? Ach doch. Ach so, die sind Leiter gewesen. Kein Wunder. Okay, Leder, Biographstoff. Licht wär gut. Hast du noch deine Stirnlampe? Nö. Boah, verstandet man ja Batterie. Ich hab genutzt nur leere Batterien. Gießen, Bauplan. Wassertank! Uiuiuiui. 2800, Varuna Point and more is coming to the third chapter. Oh, hier kannst du direkt auf den Twitter gehen. 2800? Ja. Geil. We're coming. In the third chapter. Also, das heißt, es ist noch nicht fertig. If you want to key up with the development, click your social... Instagram drücke. Dann... Okay, du kommst wirklich dann auf deren Page. Geil. Es geht. Also, es ist noch nicht fertig, aber wie? Nächste Chapter. Geil. Also, es gefällt mir aber echt, ne? Ja. Das Game. So. Ja, würde ich sagen, müssen wir da mal alles looten und unsere Floß irgendwie erstmal ausbauen. Neue Notiz. Was haben wir denn? Seite 32, Tangaroa. Ich werde mich nicht entschuldigen auf... äh, entschuldigen aufhalten. Ich weiß, dass es sein bestes getan hast, Tangaroa basiert vollständig auf einer theoretischen Grundlage mit Motoren, die kaum getestet wurden und bin mannt und nahm. Oh, cool. Ein riesiges, schreckliches Monster eingeschlossen in einem Cockpit. Mit einem Dutzend Idioten. Da müssen wir noch hin. Da müssen wir noch hin. Mit den Monstern. Mal sehen, ob ich hier was übersehen. Oh, hier ist ein Eingang. Hier auch. Äh, ne, hier kommt man nicht rein. Oh. Aber hier ist doch ein Cockpit, ne? Allgemein. Ist doch das hier. Sieht nach Cockpit aus zumindest, ja. Aber kein Monster. Jetzt bin ich irgendwie enttäuscht. Ja, vielleicht sind wirklich die neuen Koordinaten einfach hier das Ziel. Ja. Kann das schon alles sein auf dem Ding hier? Dafür so ein krasses Event starten? Hm. Was heißt das, als das durchgestrichen ist? Also, dass die noch gar nicht fertig sind jetzt mit den... Mind and more is coming, the third captor. Ja. Das heißt, wir können doch gar nicht dahin segeln. 2800. Oder ich würde es einfach mal eingeben. Ja, versuchen können wir es. Mal trotzdem mal hier gucken, ob, ähm... Ich würde die Bäume alle noch mitnehmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Oh. Was ist da? Oh. Cool ey. Oh. 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 So wird es hier. Wieder ein. Stoff. erforschen natürlich was dann kann an wasserrohr angeschlossen werden das befüllt dann auch sie in den hinweisen steht sonst auch nichts also vielleicht ist hier wirklich tatsächlich von der story her schon schluss ja ich glaube ein bisschen ich hab da und sowas schade ich würde dann ein floss ausbauen hier alles farme und dann müssen wir ja dann haben wir jetzt zeit hier fürs fluss ja ja cool bis hierhin was echt echt nice muss ich sagen spaß gemacht stütze ja ja können wir einfach das fluss quasi komplett noch mal klein bauen und dann klein aber jetzt hier alles abbauen und die breite oder also allgemein bisschen vergrößern also mehr ordnen mehr fläche also ich würde gerne mehr so biete hier bauen und wir können ja irgendwie das untere level irgendwie richtung maschinenraum machen ja bett uns dann natürlich nach oben da wo die sonne scheint auch wenn man es wahrscheinlich nicht brauche aber trotzdem wir können alles anordnen ja lagerraum hängebette hängematten wasser tanken brauche ich jetzt nicht mehr wir sagen eine kiste nur für planten wasser tank der ist quasi schon alles was wir brauchen hier ja ja die grünen inseln könnten wir dann natürlich auch noch mal abklappern ja und gucken ob wir die andere haussehre bekommen ich will auf jeden fall noch ein lama haben ja unbedingt es kann nicht sein dass wir nicht haben da haben riesige chicken farm können wir auch noch bauen mit zwern und hühnchen drauf danke coolkater für deinen follow danke fürs zuschauen freut mich was brauche ich jetzt viele sachen ich würde jetzt noch eine axt bauen alles abfahren unbedingt das ganze holz können wir damit mitnehmen weil wir brauchen so viel und so schnell und diese netze ne würde ich alle abbauen also die hinteren und seitlichen und dann natürlich alle vorne ran bauen also also verbreiten sie den anker also wo willst du hin nach hinten das holz mitnehmen ach so ja zurück anker sorry anker hier ja hab es um fahr ich einfach rückwärts daran ja ich brauche mir für uns heute brauchst du auch ne ja ich brauche jeden fall nur neu dann machst du den anker runter gleich ja sag's mir dann ja kann schon ja kann schon das kann schon ok hopp yo perfekt also das floß sieht wirklich chaotisch aus aber irgendwie auch sympathisch sehr einladend geordnetes chaos auch hier hast du jetzt alle planken und dann können wir auch die große kiste endlich machen ja auf jeden dann kannst du dich damit kannst du ja irgendwie gemacht wir brauchen kunststoff naja ich habe nur fünf stück kunststoff sind wir wieder bei irgendwas wo kunststoff ja hast du erst mal erledigt dann achs hab ich noch gebaut ich weiß nicht wie viele ich glaube wir brauchen schon einige ne naja jeder zwei wahrscheinlich jeder zwei ja ok da muss ich noch bauen brauch ich noch zwei stück die bäume die waren ja auch in insel mit also in der mitte von inseln ja im inneren das bohren die nach ja ich dachte schon ja 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 weg ja ich kann dir gleich gehen ich muss mich hier mal ich muss mich hier ach vielen dank cool ich muss trinken ich bin meine flasche ach ist das geil willst du links rum ich gehe rechts rum wir treffen uns in der mittel weil in der mittel sind auch noch sehr viele bäume also ich sollte rechts danach machen wir einfach in der mittel erstmal außenrum vielleicht schalten wir noch etwas frei wenn hier alle bäume weg sind ja kriegst du einen erfolg erfolg wahrscheinlich so ich jetzt einfach nicht im nächsten kapitel werden dann bestimmt hier titanwerkzeuge hinzukommen ne denk ich mal ach das wäre ja schon cool so ein robot da den nehme ich noch mit für euch zuschauer die jetzt zugucken es tut mir leid das jetzt wird wird jetzt langweilig weil wir jetzt nur fahren wir brauchen aber echt wolle die sind so weit gekommen haben kein wolle stimmt die wolle die muss bestimmt noch irgendwo geben vom lama gibt es die vom lama ja haben wir den achso wir müssen ja bestimmt ja einfälchen ja wir haben ja wir haben davor hier sprengdingens nicht gehabt explosives pulver hatten wir nicht das war unser problem und in der freien natur konnte man die glaube ich nicht scheren ne ne haben wir probiert ja dafür haben wir die schnipp-schnapp-schere gemacht gehabt hehehe hehehe oh man weff wir laufen die ganze Zeit mit diesen kleinen Taschen rum ne ja wahrscheinlich ich glaube sich jeder so an den Kopf fassen einfach wenn er das sieht der da auch mal Rift vorher gespielt hat ja und sich so denkt oh man ey vielleicht vor allem du könntest vielleicht wirklich du hast ja 5 Slots und du könntest wahrscheinlich mehrere Taschen tragen weißt du ah wir werden sehen sehr unangenehm auf jeden Fall ja erstmal abbauen es wird noch dauern ey die ganzen Bäume hier boah hier ist schon ziemlich viel weg von meiner Seite wir sehen uns gleich sogar schon ja so schneller als gedacht wir sollten dann nie wieder die Planken ausgeben wir sollten dann nie wieder die Planken ausgeben mhm naja naja ich glaube es geht naja aber wir können die dann wirklich auf der obersten Etage einfach wirklich so ganz viele Beete machen und dann außenrum die Palmen und in der Mitte dann halt Früchte oder so ein Kram ich weiß ich will eine Etage wieder mein Biotop das war normal ey und deine Bienen dazwischen ja genau dann in der Mitte Mitte der riesige Hühnerstall den ich dann betreue die ganze Fläche mit Wiesen so ne und hier mit den Sprengeranlage das will ich noch irgendwie ausprobieren das haben wir noch gar nicht hier brauchen wir auch die Wiesen nicht mehr ja perfekt wegen Batterie und sowas ich glaube wir müssen dieses Ladegerät alles irgendwie da anschließen was er braucht der Batterie und deshalb ja während das Wassertank es muss ja am Wassertal jetzt verstehe ich warum wir Wassertank brauchen Sprengeranlage Sprengeranlage na ja 18 ah ich habe Puzzlestücke setzen sich langsam zusammen ja wir kommen voran komm mit so ein Axt ist weg ich mache es weiter da rein es ist geht übrigens schnell es ist doch irgendwie wenig also wenig nicht aber ich habe mir gar nicht gut geht nochmal abgebaut Es sind oben auch echt noch voll viele, ne? Also hier oben Hier sind vor allen Dingen auch noch Roboter Ja Hier geht's nach unten Haben wir das Schiff unten alles erkundet? Ich weiß es nicht Ach, wir sind hier rausgekommen, ja, ja Ja, doch, doch, ja, hast recht Ne, ich möchte nicht deine Hilfe, lass mich in Ruhe Nein, geh weg Böser Wolli So Oh So nervig Och schön Du tut es deine Feile hier sind ja auch noch bäume der letzte baum der insel wir haben alle durch ich kann mich angreifen ich glaube doch schneller als erwartet können wir versuchen wollen zu finden ja doch wirklich das meint sie unbedingt wolle ja ja ja